Hier kann man einen Speedbook haben, hier kann man schön liegen, hier oben kann man sich die Getränke holen und kann schön hier duschen, Toiletten, alles hier schön am Strand. Hier unten gibt es auch schöne Getränke und hier ist das Wasserspott. Hier kann man sich alles schön, was man mag ausleihen. Quads gibt es hier, die riesen Räder, Wasserski, Speedboot, Kajaks, alles was man möchte. Hier ist dann das Speedboot. Und das Wasser ist komplett ruhig, kann man super schön baden. Ganz, ganz toll.